Guten Tag, man kennt ihn mit dem großen unvergesslichen Hit Lebt denn der alte Holzmichel noch, doch jetzt gibt es Schocknachricht für alle der Randfichtenfans der frühere Frontmann der Band Thomas Rupps ist unheilbar krank. Hat die unheilbare Nervenkrankheit Multiple Sklerose und kann es immer noch nicht fassen, aber auf der anderen Seite sagt er es gibt viel schlimmere Schicksale auf dieser Welt. Man hat mir gesagt, dass ich auch 100 Jahre alt werden könnte und das lässt meinen Lebensmut nicht sinken. Unger wirkt gelassen, in sich ruhend, als er von seinem Schicksal erzählt sagt aber auch es gibt Momente wo er nur weinen könnte und muss dann sehr stark bleiben. Und er sagt alle drei, vier Jahre kann ein Schub kommen, ich nehme morgens und abends jeweils eine Tablette, die nur wenig Nebenwirkungen hat und die Krankheit etwas zum Stillstand bringt und ein halbwegs normales Leben für mich bereithält. Stress ist Gift bei der Erkrankung, zum Glück habe ich als Christ meinen Glauben, sagt er. Aber immerhin trinke ich seit 28 Jahren keinen Alkohol mehr, Mitleid brauche er nicht.